Moin Moin und herzlich Willkommen zu meinem Let's Play von Xenoblade Chronicles 3. Ich bin euer Mr. Bebop und dies ist Folge 49 und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Einmal einen Schlag ausgetaillt. So, endlich geht's weiter. Da oben, er riecht ein Gefallener auf jeden Fall. Die sehe ich. Ist hier noch irgendwas Schönes zu holen? Wo habe ich den Daumen? Ist er gefallen? Gut, dann... Das würde ich sagen. 5,4. Wer bist du? Skelettere. Eine Chance für den Level 46. Was müssen wir denn da machen? Oh, den hole ich mir noch, den kleinen. Das ist der Himmel-Unfuhr. Ja, fühlt sich genau wie es ist. Der Blumen flurry! Der Blumen! Der Blumen! Der Blumen! Der Blumen! Ich habe den Vakten! Der Blumen! Ich habe einen Draht in meinen Valken. Ja, ist das etwas? Und in den Kampf mischen wir uns auch noch mal ein, aber machen kein Problem. Wir nehmen die Kolonie-Punkte. Das ging so schnell. Ich muss schon sagen, dass ich den D-Moment hier gerade... Oh, People. Also Overpower. Ich weiß gar nicht warum. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, ich fühle mich gut. Du hast eine Schmerz. Ich habe die Schmerz. Ich habe die Schmerz. Ich habe die Schmerz. kann man da hinten durch so geht der kanal Ich muss sagen, ein gefallener, ganz, ganz oben. Ich habe schon 92. Passt wieder voll. Nee, durch kann man hier nicht. Das ist nur ein Wasserfall. Okay. Ich bin irgendwie sehr OP für die Ecke, mit 20 Level höher als die, mit 20 Stufen. Und ich habe keine Ahnung warum. Ich habe gar nicht nebenbei irgendwas gemacht, großartig. Und Off-Stream habe ich auch, weiß ich nicht, vielleicht ein, zwei Stunden gespielt, aber das ist nur so Billipalle gewesen. Ich muss schon erkunden, aber das war es auch. Ich weiß nicht, wie das hier zu einer Stadt kommt jetzt. Okay. Rühle der Säulenklippen. Okay. Something so bad. Okay. 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 Ich weiß nicht, wie es ist, aber ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, wie es ist, wie es geht. Okay. Okay. So, jetzt geht es aber langsam weiter. Ich kann mich leicht ablenken, ich gerne gucken wie was abgeht, erkunden wie ist das, macht Spaß. Die Moran Drücke, dort war sie entdeckt. Die nehme ich bitte. Oh, das wird so gut. Stay alert and alert. Oh, das wird so gut. Oh, das ist ein Wolf. Was ist das Gerät? Es sieht, dass es noch nicht benötig ist. Wer will die Ehren? Oh, das wird so gut. 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 Oh, das wird so gut sein. Oh, das wird so gut sein. Oh, das wird so gut sein. ッso mit stärkere Leuten und Constantine? Boah, was ist das denn? Sagt, dass wir halt nach den Horizon Tunnels hier zurückkommen? Testen wir gleich mal aus, dann gehen wir gleich rein, aber wer ist von uns die? Ein paar steckere Gegner hier, auch nicht auf meiner Stufe, aber egal. Das ist ein paar steckere Gegner hier. Das ist ein paar steckere Gegner hier. Das ist ein paar steckere Gegner hier. Was muss da oben auch noch sein? Da hockt ein Gegner. Oder ein Monster. Ah, tatsache. Das ist ein paar steckere Gegner. 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 Und dann schauen wir mal hier rein in diesen Stollen, glaube ich. Das hat sie gesagt. So, das ist der Stollen, wo ich letztens war. ganz interessant. Sehr interessant sogar. Oh, ein Fragment. Nein. Das hat er nicht gemacht. Das habe ich nicht getan. Das war so gar nicht geplant. Jetzt bin ich ja ganz woanders. Ich bin zwar nicht ganz woanders vom Ort her, aber ich komme nicht wieder dahin wo ich gerade die Treppe runtergefallen bin. Okay. Was sagt uns das? Ich muss aufpassen, wo ich hin trete. Jetzt soll mir mal einen erklären, wie komme ich da oben? um die treten. Oh, wie geht das? Unmöglich. Unerreichbar. Also.. Okay. So. Da muss ich sagen. Die Tatsache. Geht das? Nein, die Tatsache. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, das fällt doch gleich runter. Aha, okay, sehr gut. Sehr stark. So, irgendwo ist hier noch ein Container und ein Gefallener. Irgendwo da oben kann das sein oder sind die eher unten? Nö, runter geht es ja gar nicht. Also runter geht es theoretisch, nee, geht es nicht. Nur noch hoch. Oben ging es nicht weiter, oder? Was ist das für ein Falsch? Wie komme ich denn da hin? Gar nichts, wie es aussieht. Schade. Was ist das für ein Falsch? Ich bin ... Ja gut, hier kann ich aber nicht weiter. Hier gibt es nichts für mich. Hier gibt es nichts für mich. Würde ich jetzt sagen. Die hauen ab. Ich mache meine Stimme heute los. Irgendwie angeschlagen. So weiter geht es in diese Richtung. Mission Warte. Hier gibt es nichts für mich. Wow, was ist das? Oh mein Gott, was ist das denn? Ein Drache? Macht er mich auer? Sehr stark. Ach du Scheiße. Okay. Alles klar. Aber ein geiles Feed. Krass. Ungut Drager. Mit 30. Haben sie lächerlich. Ja guckt. Is das nicht das? Das macht achtfrog. Ich bin ein Problem. Alles klar, ich bin. Ich bin ein Problem. Oh mein Gott. Ich bin ein Drache. Ich bin ein Träger. Sie müssen ein Drache diskutieren. Die Rache. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 das ist ja auch nicht so gut sehr schön sehr schön ich habe mich und Noah zusammen das heißt wir können in der dritten Runde für Orus-Burus-Kommando starten und ich habe feiert wir haben 48 88 80 können wir jetzt in Orus-Burus starten machen wir die sind alle so stark jetzt ne in den ja ich habe doch noch mal einfach noch nicht ja ich nicht ja ich nicht ich nicht ich nicht Das war's für heute. Das war's für heute. Das heißt, dass ich zum Schluss ihn habe. Was sind die beiden? Oh, Reeboks. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Danke. Das war's für heute. Oh, too bad, Jay. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin da voll drin. Ich bin allgemein, diese Xenoblade-Teile so geil. Das war's für heute. 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 Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen.